Fuck, jetzt ist der Golem wieder da. Oh man! Ist das Ding wieder immun? Vor allem überleg mal, wie schwierig schon die Spinne war. Ja, ich meine, es wird sogar schaden. Also mein Mega-Angriff ist ja echt mal lame. Oh ne, ey. Jetzt macht er wieder Schaden. Kurzzeitig. Oh! Äh, runtergefallen. Haut er wieder ab, der Arsch. Auf den Kopf schießen, wir können Schaden machen. Ah, okay, sein Kopf ist verwundbar. Sein Kopf ist an der verwundbaren Stelle. Okay. Aber jetzt auch wieder nicht. Wo ist er? Oben. Er ist oben. Dreh dich mal zu mir, Schatzi. Er hat ja wieder keinen Schaden. Vor allem hat er noch Schaden bekommen, ey. So. Er hat ja gerade wieder Schaden am Kopf. Aua. Nein, nein. Immer, immer das, was weiß leuchtet. Ist verwundbar. Ah. Oh ja, langsam kriegen wir wieder Schaden drauf auf ihn. Du hast recht, ehrlich. Immer das, was weiß leuchtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ihn gerade mit meiner Eule abgelenkt. Nicht, dass er sich wieder regeneriert. Wieder nachladen, ey. Ja, regeneriert sich wieder. Drauf halten. Er hat sich wieder eingegraben. Ihr müsst jetzt wieder drauf schießen, sobald dieser Eiszapfen draus wird. Oh Mann. So. So. Vital Signs. Ab. Ne. Oh, jetzt ist der Eiszapfen da da. Drauf halten. Aua. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. He's broken free. Target that golem. Fuck, der hat sich so viel wieder regeneriert. Ich bin tot. Ich brauche mal Hilfe. Wenn möglich. Äh. Wo bist du? Hier oben. Da oben ist er. Danke. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Ich auch. Ich nicht. Aber, aber meine Spezialattacke macht gut Schaden. Ja. Ich glaube, der haut wieder ab nach oben. Mist, Kerl. Aber langsam hat fast keine Lebensenergie mehr. Da unten sind noch ein paar Medi, ähm. Da unten sind noch ein paar Medi, ähm. Die Borderlands. Muss ich da echt grad irgendwie voll drauf konzentrieren. Ich muss zugeben. Ich hab Borderlands nie gespielt. Ich hab immer nur davon gehört. Ich... Ich... Ich hab ein paar Litz-Face gesehen, paar Minuten gespielt. Ich fand's nicht so prickelnd. Aber ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Spaß. Ja. Oh, meine Hand. Und ich geh in das Loch rein. Wahrscheinlich... Warte. Wahrscheinlich macht Borderlands auch Spaß, wenn man mit Freunden spielt. Aber so nur was halt echt langweilig. Warte, warte. Benzer, jetzt warte doch mal, ey. Ah! Wieder die falsche Taste. Trinity got an extra life for the team. Ein... Ja. Einfach durchspringen, Rocktalks. Springen einfach durch. Jetzt wartet doch mal, da gibt's... In der Mitte durch. Komm ich denn da hoch? Ich soll den Chat wegmachen. Was sagen die anderen? Chat da lassen oder Chat wegmachen? Ich eisig beschwert, ihm stört der Chat im Bild. Hier ist nicht mal ein einziger Swammer. Jetzt warte doch mal. Das hat sich so, wenn Leute immer vorrennen. Jetzt warte doch mal auf Trinity. Ja, ich warte ja. Ja, ich hab euch immer ein Hexerleben besorgt. Äh... Okay. Du kannst nix erkennen, eisig. Ander vielleicht schon. Ja, und eisig. Und jetzt ist natürlich Trance soweit vorgelaufen, dass die mir jetzt gespawnt sind. Gut gemacht. Ich hab... Ich bin nicht vorgelaufen. Ja doch, du bist die Treppe runtergelaufen. Ich bin da runtergefallen. Chat weg. Okay, mach mal ein Chat weg. Sobald ich hier immer wieder... Was... Oh fuck. Da kommen kleinere Monster raus. Nachkampf-Spam. Mach mal den Chat schnell weg. 15% Live-Steal. Oh. Lebensstehlen. Das klingt gut. Nehmen wir mal das. Oh. So, die Sniper sind weg übrigens. Unser Weg ist frei. Nehmen wir den Sinn wieder... Wenn ihr die Kristalle kaputt macht, gibt's auch so... so Bälle. Irgendwie. Aua, der schießt auf mich. Ah! Kommt das jetzt her? Oh fuck, jetzt dachte ich... Aua, da ist ja Lava! Aua! Ja. Mann, Aua! Das Ding hat mir die ganze Zeit... Unverwundbar. Ich hasse das. Oh, jetzt ist er tot. Pack da Combinions. Loot, 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 loot. Also drücke ich mir eher auf die Feinde. Boah. Also wird's echt anstrengend. Oh. Loot, loot. Was ist das denn? Pick-up-Gear. Welche Münzen? So. Wir müssen springen! Moment! Hey, warte doch! Ach, Mann ey, er rennt echt immer vor! Du bist schlimm! Warte doch mal! Fammel doch mal hier die ganzen Dinger! Ich mein, wozu gibt's die? Vor allem, ich komm auch nicht zurück! Ja. Aber ich bin da stehen geblieben. Machen wir schnell mal ein Programm zu. Already hab ich schon, okay. Bonus-Credit für das Team! Danke, Trinity! Danke! Aua! Ich werd wieder hängen. Ich hab, ich hab noch nie meine Augmentation angeguckt. Ja, dann wird's Zeit! Will mal anpassen, der wär ganz schön stark, ey! Ich hab'n Brandgranaten inzwischen schon, die sind richtig cool. So. Wir müssen da zurück, oder wie? Genau, Wacka, weil man auf YouTube in den Videos den Chat nicht sieht, hab' ich da, äh, ihn eingeblendet. Eben für die Aufzeichnung. Ja, wir müssen da rüber. Warte, ich rutsch mal rein. Okay. Wow! Yippie! I can see my house from here. Das ist auch nicht schlecht. Aua! Ich bin grad durch den Eiszapfen durchgesprungen. Fuck! Ah! Fuck! Sorry! Ich bin an Trains abgeprallt und runtergefallen. Scheiße! Du bist ja so'n Held, ey! Da stehst du ja auch im Weg rum. Ich find' das war gar nicht lustig. Ich find' das witzig. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin am Arsch der Welt, ey! Na, wahrscheinlich wieder hinten, dass du springen musst. Nee! Ich bin auch viel weiter vorne. In dieser Kruft, wo wir runtergesprungen sind. Ich seh' dich. Äh? Also, ich seh' dich ganz weit weg. Mit der tiefen Luke. Ja, ich weiß, ihr seid auch von mir ganz weit weg. Noch weiter nach hinten. Hat's dich gebeamt. Zum letzten Checkpoint. Ja, genau. Da wird ewig laufen. Gut gemacht, Erik. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, steh' dich im Weg rum. Genau, weil ich weiß, wo du landest. Ja. Ey. Kommt dir das hier auch so vor? Sagen wir so, hättest du gewartet, dass wir alle gleichzeitig springen, dann wäre das nicht passiert. Ja, aber Isaac, ich hab' auf Twitch nicht so'n gutes Bild wie auf YouTube. Deshalb stream ich auf YouTube, weil YouTube auch besser ist als Twitch. Ja, YouTube ist besser. Und mittlerweile kann man sogar seinen Chat auch in YouTube einblenden. Da kommt ein Rock-Docs geflogen. Geht doch bitte weg, sonst wird er wieder runter. Da kommt ein Rock-Docs geflogen. Jo, gelandet. Was ist das jetzt hier? Blaue Lava. Eislava. Nein, nein, da kannst du dich reinstellen. Passiert nix. Jack-Fight-Activator. Na toll. Der ganze Weg umsonst gelaufen. Jetzt kommt wieder ein Boss-Gegner. Ja. Oh. Was ist jetzt los? Was war das jetzt? Oh. 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 Okay. Ach du Scheiße. Eisl, das ist keine Frage der Bildrat. Das ist eine Frage von der Internet-Leitung. Und meine Internet-Leitung ist kacke. Hat nicht jeder so'n Glück, dass er so gute Leitungen hat wie du? Okay, auf die grünen Dinger? Ja, auf die grünen Dinger, die markiert sind. Eisl, du brauchst jetzt gar nicht so mehr im Chat zu rumragen. ok immer der schockwelle ausweichen da habe ich gemerkt aber man kann und er geht halt immer direkt auf mich los soll ich ausweichen dass die immer los geht man so einfach eine dinge habe ich zerstört es ist ein hauptrang unter ihm direkt darauf schießen ja aber mit einem embed upload geht es nicht da ist da habe ich auf youtube wesentlich besseres bild als ich jemals auf twitch hatte nur ihn doch einfach mache ich auch immer mit zuschauern die mir auf den aufgehen das springt da konnte ich nicht ausweichen ich auch nicht erst mitten in mich reingesprungen er fragt das war jetzt wieder stockwelle noch eins kaputt ja achten sein hauptrang fällt gleich wieder raus oder auch nicht er verschießt irgendwas achtung so ist zerstört sein hauptding ist wieder draußen schießt drauf direkt unter ihm ok oder auch ganz schön schaden gemacht er geht dann wieder auf mich los wo er doch mal in ruhe durch mann Wann, 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 wann. Autschi! Weil irgendwas leuchtet als rot. Es kommen wieder Gegner. Fuck! Ich geh jetzt schon wieder hoch. Das war auch. Fuck, zu viele Gegner. Ich hab echt mein größeres Magazin, das war halt echt praktisch. Get killed by this, okay? Der cheatet deshalb aus der Arena draußen. Ja, ich wollt grad sagen. Fuck. Nächste ist sie. Wow. Oh. Also, im Aufwand zu bewegen, ich treffe ihn nicht. Nächste Container. Ich fahr wieder raus, glaub ich fahr wieder raus. Aufhalten. Aua. Aua. Aua, shield. Was ist jetzt los? Oh-oh. Oh-oh. Ganz haben wir noch nicht, glaub ich. Ah, nein, sie müssen wir auf den Totenkopf selber schießen. Ah, schon die Granate in die Fresse, ey. Wow! Da hab ich hochkatapultiert. Was? Was? Ja. Ich glaub wir haben ihn. Du hast es geschafft! Danke, ihr habt es geschafft! Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Yippie-kai-eh, du Schweinebacke! Da kommt noch was, da kommt noch was. Ich bin mir ziemlich sicher, sonst... Nimm die Medizindinger auf, wenn ihr's braucht. Ja, wir spielen Battleborn, das ist halt einfach die, äh... Alles Koop. Ah. Und das hat jetzt echt lange gedauert. Alter Schwede! Für die erste Mission. Ho-ho. Ist bei euch auch Final Score 47.144? Ja. Ja. Und dann haben wir überlegt, wir haben 21 Uhr angef... ähm, 20 Uhr angefangen. Und es hat fast eine Stunde gebraucht für die Mission. Ja. Alter Schwede. Der tut schon echt die Hand weh, ey. Hm. So, äh, Continue. Ach, also irgendwie, jetzt war es doch ganz schön anstrengend. Äh, Bronze haben wir bekommen. Aus... Von Botanist? Juppa. Ich glaub wir haben Isaac jetzt als Spieler freigeschaltet, kann das sein? Mhm, ja, 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 ja. so und jetzt wie geht es jetzt weiter display in your lobby may have changed during gameplay okay bei mir läuft noch ich krieg jetzt alles mögliche gear gerade geschenkt ja es gibt da auch so irgendwelche pick up rewards mission complete first win of the day command rank character rank hilfe ich war totgeschlagen mit bling bling und die warnung über 10.000 so auf die art war es nur level 3 what the fuck match time 58 minuten ja das ist ja ungefähr eine stunde haben wir jetzt echt gespielt ja eine runde die frage wollt ihr noch eine runde spielen gerne oder reicht es euch ja ich hoffe nur muss ich jetzt back machen escape oder genau